Ein ziemlich robuster Arbeitsmarkt in den USA, stabile Unternehmensgewinne, die Erwartungshaltung eines Softlandings und darüber hinaus sehr sicher sinkende Zinsen machen das Jahr 2024 zu einem Guten für die Börse? Das ist zumindest die allgemeine Erwartungshaltung. Ich möchte euch gleich eine Grafik zeigen, die mir ein klein wenig Kopfschmerzen bereitet, ob das wirklich alles so glatt laufen wird. Warum diese Zeit aber dennoch auch für diejenigen, die nicht ganz so optimistisch sind, interessant sein kann, das werde ich euch ebenfalls am Ende des Videos zeigen. Legen wir mal los. Ich begrüße euch ganz herzlich und ich hoffe, es geht euch gut. In den vergangenen Videos habe ich relativ viel über die langfristige Geldanlage gesprochen, welche ETFs meines Erachtens in ein langfristiges Portfolio gehören, welche Anlageklassen tendenziell eher konservativ, nicht zu sehr auf eine Branche ausgerichtet. Heute möchte ich die andere Disziplin bedienen. Das heißt also den, dann nennen wir ihn mal aktiven Handel. Natürlich auch viele langfristig Investierte informieren sich gern über den Aktienmarkt. Aber selbst wenn sie die Erwartungshaltung haben, dass der Aktienmarkt vielleicht in den nächsten drei oder sechs Monaten ruppig wird, meine Güte, wer kann das so genau überhaupt vorhersagen? Niemand. Selbst dann würden sie nicht ihre langfristigen Anlagen verkaufen oder ihren Sparplan auflösen. Und das muss natürlich auch so sein. Weil ich aber weiß, dass einige von euch diesen aktiveren Stil, diese aktivere Anlage zumindest als Beimischung mitführen, möchte ich heute auch ganz am Ende über Derivate sprechen, beziehungsweise eine ganz bestimmte Art von Derivaten, die interessant sein kann. Deswegen ist aber auch der Disclaimer an dieser Stelle so wichtig. Es ist keine Empfehlung in irgendeiner Art und Weise tätig zu werden, wenn ich hier meinen Standpunkt mit euch teile. Gerade dann, wenn wir über hochspekulative Derivate sprechen, bei denen man mit einem Hebel arbeitet. Gerade dann ist es notwendig, darauf hinzuweisen, dass man sich mit der Materie auskennen muss. Ansonsten wird man sicher Verluste erleiden. So, der Disclaimer also mal vorweg. Und jetzt möchte ich euch eine Grafik zeigen. Das ist noch nicht die, die einen ins Grübeln bringen sollte, aber auch schon könnte. Formulieren wir es mal so. Story Count, Soft Landing versus Recession. Das ist schlicht und einfach eine Grafik, die euch zeigt, welche Rolle jeweils das Szenario in den Medien gerade spielt und somit dominiert. Hier kann man also glasklar erkennen, Recession, das ist die blaue Linie hier, der Rezessionsgedanke, der uns 2022 praktisch durchgehend begleitet hat. Es stand fest, das sieht man gleich in der Grafik, die ich euch zeigen möchte, auf Bloomberg. Es stand fest, Klammer auf, okay, ein Restrisiko gibt es immer, Klammer zu, aus Sicht der Analysten. 2023 erwischt uns die Rezession und zwar volle Kanne. Und man sieht, was aus dieser Erwartungshaltung geworden ist. Die Rezession ist nicht gekommen. Wir hatten hier rezessive Tendenzen. Immer mal in einigen Quartalen in den USA ist sie beinahe gänzlich ausgeblieben. Zumindest, wenn man auf die Definition pocht. Zwei aufeinanderfolgende Quartale mit einer nicht wachsenden Wirtschaft. Und dementsprechend ist der Rezessionsgedanke praktisch ausgepreist. Und logischerweise, wenn die Erwartungshaltung hinsichtlich einer Rezession sinkt, dann steigt die Erwartungshaltung eines Softlandings oder Nolandings. Und das Ganze hat sich gerade nochmal in den letzten Wochen massiv beschleunigt. Und jetzt zeige ich euch das, was einen zum Nachdenken bringen könnte. Denn das Commitment der Analysten für das Jahr 2023 war so ausgeprägt wie noch nie bärisch. Wir sehen hier die Erwartungshaltung der Analysten für das folgende Jahr. Dann schaut man sich einfach, das sind locker. Also bei mir im Postfach 20, 25. Also wenn wir die deutschen Banken alle mit reinnehmen und jetzt mal nicht über Sparkassen und so weiter sprechen. Sind es locker 30 Jahresausblicke, die man da bekommt. Insgesamt sind es aber wahrscheinlich eher 100 oder 300. Denn beinahe jede Regionalbank in den USA, die irgendein Analyse-Team hat, das können manchmal auch ein oder zwei Personen sein, die schickt so einen Jahresausblick raus. Das ist im Übrigen auch vollkommen in Ordnung. Ich werde auch wieder welche machen. Aber die Erwartungshaltung war halt zum ersten Mal ultra bärisch. Jetzt könnte man sagen, naja, so bärisch ist es ja nicht. Die bullische Erwartungshaltung war größer, vollkommen richtig. Das war die Reaktion hier zum Beispiel auf die Finanzkrise. Aber sie war eben zum ersten Mal überhaupt bärisch. Bärisch in dem Sinne, dass man wirklich gesagt hat, im Jahr 2023 wird die Rezession derart ausgeprägt sein, da kann der Aktienmarkt unterm Strich eigentlich kein Plus aufweisen. Und genau das ist die Problematik. Und das möchte ich euch auch noch mit auf den Weg geben. Ist aus dem gleichen Bloomberg-Artikel. Mittlerweile hat sich die Rezession in die Zukunft verschoben. Und die Kombination dieser beiden Erwartungshaltung, die lässt mich schlicht und einfach daran zweifeln, dass es in den nächsten Monaten so kommt, wie viele erwarten. Wir haben momentan, ja, ihr seht hier das Goldilocks-Szenario, Sticky Inflation und so weiter. Und durch diese Erwartungshaltung hat sich die Rezession immer noch nicht erledigt, sondern man hat sie einfach, ich war quasi vier, fünf, sechs Quartale verkehrt. Also, das kann ja nicht sein. Dann müsste die Rezession ja irgendwann kommen. Irgendwann muss das doch, und so der Gedanke, auf den Arbeitsmarkt durchschlagen. Es muss auf den Konsumenten durchschlagen. Die hohen Zinsen müssen sich doch irgendwo widerspiegeln. Corona-Hilfen, die in den USA übrigens nicht zurückbezahlt werden mussten, sondern das war ja echtes Cash, was an jeden dort geflossen ist. Also so richtiges Helikoptergeld. Aber diese Effekte laufen auch aus. Also eigentlich sagen alle Rezessionen, nee, die kann nicht ausfallen. Das passt überhaupt nicht ins Bild. Also schieben wir sie einfach. Das heißt also, aus dem Jahr 2023, wo sich alle sicher waren, hier kommt die Rezession, hier kommt der Einbruch am Aktienmarkt, hat man das einfach verschoben auf, ja, erstes Quartal 2024 nur noch 25%. Das waren im Übrigen im letzten Jahr 80% für das erste Quartal 2023. Und jetzt verschiebt sich quasi diese Rezessionserwartung eher so in das Jahr 2025. Und deswegen muss man an dieser Stelle einfach mal festhalten, es ist nicht per se so. Der ein oder andere kommentiert dann ja auch, naja, morgens ist es hell, abends ist es dunkel und so weiter. Also als seien das alles Naturgesetze, und keiner wüsste überhaupt genau, was so passiert. Und am Ende des Tages kannst du das natürlich immer sagen. Jede Prognose, die Zukunft betreffend, sehen wir mal ab jetzt vielleicht von den physikalischen, von den newtonschen Gesetzen. Also wenn ich jetzt hier diesen Stift loslasse, dann kann ich mit einer relativ hohen Gewissheit sagen, dass er runterfällt. Aber mal von den Naturgesetzen abgesehen, sind natürlich jegliche Prognosen, die Zukunft betreffen, eher unsicher. Aber die Prognosequalität in den letzten 24 Monaten war geradezu, und dem entziehe ich mich überhaupt nicht, war geradezu furchtbar. Und deswegen ist dieser Stimmungsindikator meines Erachtens einer, der vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Wert hat, als wenn man nur auf die nackten Daten schaut. Und für mich ist die Erwartungshaltung des Marktes insofern gefährlich, als dass das natürlich dann auch viel mehr Enttäuschungspotenzial bieten kann. Es ist immer wichtig, die Erwartungshaltung der Analysten, also des institutionellen Kapitals, des Sellside Research, das ist nicht das Gleiche, und der Privatanleger zu kennen, um auch zu schauen, wenn es anders kommt, wie wird sich der Aktienmarkt verhalten. Und es gibt durchaus Marktphasen, in denen sind die institutionellen Marktteilnehmer anders positioniert und anders positioniert hinsichtlich ihrer Erwartungshaltung als die Privaten. Momentan sind die Privaten etwas skeptischer noch, aber grundsätzlich erwartet hier keiner mehr große Schäden für den Aktienmarkt beziehungsweise für die Wirtschaft in Form einer Rezession. Und das kann genauso kommen. Punkt. Für mich aber, und hier lehne ich mich gerne aus dem Fenster, es macht ja gar keinen Sinn, wenn ich genau mich diesem anschließe und sage, ja könnte und die Magnificent Seven und vielleicht tragen sie den Markt weiter. Ihr habt wenig davon, zumindest wenn wir über aktive Anlage sprechen, wenn ich sage, alles kann passieren. Das ist für einen langfristigen Investor eine durchaus valide Aussage, weil das eben auch am Ende ein Vertrauen auf die Statistik ist, Aktien werden steigen. Und das wird passieren. Auf lange Sicht. Aber ich lehne mich insofern aus dem Fenster, als dass ich glaube, dass wir in den nächsten zwei Quartalen, also bis Mitte 2024, eine Phase erleben werden, in der der Markt, der derzeit zu bullisch ausgerichtet ist, meines Erachtens, und auch zu bullisch positioniert, das zeige ich euch gleich, in der er auf dem verkehrten Fuß erwischt wird. Das ist keine Crash-Ansage. Ich glaube aber, wir werden in den nächsten zwei Quartalen eine Korrektur erleben, größer 15%. Das wäre im Nasdaq 100 dann vielleicht der Test der Marke um 15.000, 14.800 Punkte herum. Das alles ist nicht gefährlich. Und meine grundsätzliche Annahme, verändere ich auch nicht, dass wir in den nächsten zwei Jahren, ich habe immer gesagt 18 bis 24 Monate, Nasdaq 100 jenseits der 20.000 Punkte erleben. Zumindest vorübergehend, aber tendenziell bin ich hier bullisch für die nächsten zwei Jahre. Aber eben nicht für die nächsten zwei Quartale. Vielleicht entsteht daraus eine große Kaufgelegenheit. Man sollte sich ja nie komplett festlegen und sagen, ich nehme mein gesamtes Handelskapital raus und dann warte ich auf diese große Kaufgelegenheit. Es heißt für mich eben nur, ich bin relativ vorsichtig in meiner Ausrichtung und, und das wollte ich euch gerne noch mit auf den Weg geben, es gibt momentan, ich bin nicht investiert. Also nochmal Klarstellung, gerade im Dezember, jetzt zu sagen, ich setze auf fallende Kurse, kann so sein, aber der Dezember ist einer der stärksten Monate und insbesondere, wenn die letzten beiden Quartale gut liefen, dann haben wir sehr oft gesehen, dass der Dezember auch noch stark war. Aber dann, und der Dezember dauert letztlich nur bis zum 20. Dezember. Alles, was danach kommt, ist so dünnes Volumen, spielt keine große Rolle mehr. Die Möglichkeit, sein Depot zu versichern, hat man natürlich immer. Und es gibt einige prominente Fondsmanager, die das dauerhaft machen, oft auch über den Optionsmarkt. Es kostet immer Rendite, logischerweise. Insbesondere dann, wenn man die Opportunitätskosten mit einrechnet. Also zu sagen, ich bin voll abgesichert, heißt natürlich auch, ich verpasse im langfristigen Depot den Anstieg. Und das muss man letztlich immer gegenrechnen. Auf Dauer macht eine Absicherung im Markt keinen Sinn. Punkt. Und alle, die sagen, mit Derivaten habe ich noch nie irgendwas gemacht, die sollten am besten jetzt abschalten und in den Podcast sich vielleicht mal reinschalten. Denn dort habe ich am Dienstag besprochen, wie man mit der Methode der Schweizer, wenn man so will, jährliche Renditen über 20% erzielen kann. Klingt ein bisschen clickbaitig. Der Titel ist es eigentlich auch. Aber es geht darum, inwieweit Spekulationen in einer langfristigen Geldanlage einen Sinn macht und in welcher Größenordnung. Ich werde es euch ganz genau vorrechnen. Also in diesem Podcast, wenn ihr Lust habt, nehmt mal den Taschenrechner, wer dem nicht glaubt, und tippt parallel mit ein, was ich dort erzähle in, ich glaube, ungefähr 15 Minuten. Also, das zur Spekulation. Ansonsten, schönen Abend. Wer sagt, solche Versicherungen sind für mich interessant, grundsätzlich mal habe ich nichts gegen Derivate, dem möchte ich das noch zeigen. Das hier ist der, ja, ist das der aktuelle, ja, ist der, der WIX. Ja, das sind die Volatilitäten auf den S&P 500 und wir sehen auch ein Low. Tendenziell sinkt der WIX, wenn die, wenn die Kurse steigen, sich quasi beruhigen. Eigentlich sollte man annehmen, auf dem Weg nach oben kann es ja auch, kann ja auch die, die Schwankungsspannbreite auch steigen. Also könnte theoretisch eine Option auch teurer werden auf dem Weg nach oben. Tatsächlich ist das aber, wenn es nicht sehr, sehr schnell geht, in der Regel der Fall dann, wenn die Kurse steigen, wenn die Kurse sinken, dann, Entschuldigung, wenn die Kurse steigen, dann sinkt der WIX. Und damit werden, das gleich gilt übrigens für den VDAX, damit werden dann Optionen und auch Optionsscheine billiger. Ihr habt gesehen, es gab hier diese, in diese Korrektur hinein, im DAX, gab es diesen deutlichen Aufschwung und jetzt sind die Volatilitäten wieder deutlich zurückgekommen. Wenn man das jetzt technisch untersuchen wollte, dann würde man sogar sagen, naja, es kann sogar noch eine Ecke tiefer gehen und das kann passieren. Aber was bedeutet das? Optionen und Optionsscheine werden billiger. Denn nach dem Black & Scholes Modell ist die Volatilität Teil dieser Preise und das ist wichtig, das zu wissen, insbesondere, wenn man sich die Frage stellt, jeden Tag, was nehme ich denn jetzt eigentlich? Ein Faktorzertifikat hat ganz eigene Risiken, aber ein K.O.-Zertifikat hat selbstverständlich auch Risiken, aber ist von der Berechnung her etwas einfacher. Bei einem Optionsschein muss man den, die Volatilität, beziehungsweise die Entwicklung der Volatilität mit einberechnen, eine Erwartungshaltung haben. Und ich habe euch jetzt hier mal einen x-beliebigen Put auf den DAX genommen mit einem Basispreis von 16.000 Punkten und einem Bewertungstag 17.05.2024. Läuft also noch rund sieben Monate. Und jetzt möchte ich euch nur zeigen, was die Volatilität dort im Positiven wie im Negativen anrichten kann. Jetzt nehmen wir mal an, am 1. Februar 2024 würde der DAX bei 15.500 Punkten handeln, also ungefähr 500 Punkte niedriger als heute. Und jetzt nehmen wir an, die Volatilität bliebe konstant. Sie liegt aktuell bei 13.92 hier laut Rechner. Kommt hin. Dann natürlich 500 Punkte niedriger. Der Verlust durch den Zeitwertverlust ist noch nicht so hoch. Ein Gewinn von 31%. Jetzt nehmen wir an, zum gleichen Tag fällt der DAX auch auf 15.500, aber die Volatilität, also die hier, steigt wieder auf 20. Obwohl es die gleiche Strecke ist, die der DAX gemacht hat, erhöht sich dann die Performance auf 72%. Das heißt also mehr als doppelt so hoch durch den Anstieg der Volatilität. Und weil das jetzt so verlockend klingt, weil natürlich vielleicht der ein oder andere, so ist es aber nicht gemeint, sondern ich weise euch einfach nur darauf hin, sagt, ja da kann ich ja gar nichts mehr verkehrt machen. Die sind schon wieder unten, die Volatilitäten. Wenn ich jetzt kaufe, habe ich ja doppelte Chance. Das ist natürlich nicht ganz richtig, weil ich auf der anderen Seite natürlich auch ein Szenario mir betrachten muss, wenn der DAX leicht weiter steigt. Also wenn er am 1. 2. bei 16.500 ist und die Volatilität stiege, beziehungsweise, Entschuldigung, jetzt nehme ich schon den Konjunktiv so sauber, ist auch noch falsch, viele auf 9. 3. Drittes Szenario, gleicher Zeitpunkt, dann habe ich 82% Verlust und das ist ganz wichtig. Grundsätzlich mal ist es für eine Option immer interessant, wenn ich sie einfach kaufen möchte. Es geht hier nicht um den Verkauf, das Stillhalterposition. Grundsätzlich mal, das gilt für einen Call wie für einen Put, ist es interessant, wenn die Volatilität niedrig ist. Dann machen Versicherungen über Optionen oder Optionsscheine Sinn. Mehr möchte ich dazu auch nicht sagen, weil ich niemanden animieren möchte, hier tätig zu werden. Meine Güte, heute ist aber auch schwierig. Und unter dem Aspekt, ja, denkt dran, wie man Spekulationen von der Größenordnung her vielleicht anwenden kann, wenn man das denn möchte, habe ich im Podcast gestern Morgen gesprochen. 20% irgendwas machen, so sieht es aus. Ich glaube, so ähnlich ist der Titel. Also, ich freue mich auf eure Kommentare. Bis dann und ciao. Vielen Dank.